So, es geht weiter im Fluss und ich denke, ich habe nichts dagegen, wenn ich ein bisschen auf Turbo drücke, weil wir kennen ja alles. Gut. Die muss ich eigentlich, ja. Okay, ich kann ja nicht wissen, ob das reicht. So. Ne. Ne. Mann. Vielleicht heute noch? Äh. Zählt das? Aber das hier zählt. Nein, das hier. Und? Pisa. Genau. Gut. Sonst noch? Ah, den können wir schon. Gut, den haben wir mal jetzt. Gut, und noch einen. Ey, geht doch dahin. Und dahin. Und dahin. Und euch kann ich auch brauchen. So. Genau. Und zack. Jetzt werden wir bitte zu mir schauen. Er freut sich. So, freut sich auch. Dies ist egal. Hehehe. So. Die da. Da. Ist nix mehr, ne. Kommen die irgendwie runter? Der kriegt das nur mit dem Gifball. Also mit dem Räucherball. Entschuldigung, ist ja kein Gif. Nein. 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 So. Tätigstens. Oh. Das zweite Bild. Und. Du mein. Gelber Freund. Blah. Zu weit weg. Zu weit weg. Zu weit weg. Pass. Und du passt auf. Sogar sehr. Sehr das. Mal sehen. Hier kommt ja nichts raus, so. Okay. Da oben ist Flitzer Pikachu. Den brauchen wir aber nicht. Eigentlich haben wir jetzt schon alles. Nein, ich kann den nicht so aktivieren. Das geht. Echt. So. So. Warten wir halt, ne. Nach dem Goldini. Wow. Ich meine, dass wir die mit Äpfeln rauslocken. Aber da wird niemand gesagt, ne. Tja. Was ist denn besser? Zwei oder ein? Ich glaube jetzt. Das zweite Bild war Welt. Das zweite, wo mehr drauf sind. Ja. So wie ich den Professor kenne, wird er mich nach Noten abziehen. Also Punkte. Weil er zu gross ist. Arschloch. Ja. Gut. Dann, ja. Weiß ich noch alles. Da hab ich ein Bild. Wie sie sagen, hab ich ein Bild. Mach das. Hab ich. Nehm ich. Das hier. Ist auch das Bessere, oder? Da muss ein Bild. Legen wir ein Bild. Saftkorn. Zwei Bilder. Und dann. Was? Achso. Ein Bild, ja. Das war nicht in der Mitte? Ach komm. Da nehme ich das hier. Das ist in der Mitte des Bildes. Ganz ehrlich. Gut. Gut. Haben wir jetzt schon alles? Glaub schon, ne. Ja. Gut. Was sagt er? Aha. Was? Okay. Ja. Gut. Ist es ein? Hallo? Schuss. Leck mich doch. Ey, was ist mit? Austaus. Was? Ah, siehst. Nichts Reihenfolge. Okay. Also Pokémon Numerium meine ich. Hä 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 hä. Ha ha. Wusste ich doch. Yes. Okay. Willkommen zurück. Ja. Ja. Gut. Ich hab meinen Heuchenball. Und den nehmen wir jetzt. Da. Äh. Den nehmen wir jetzt. Den. Brauchen wir jetzt. So. Aber ehrlich gesagt. Ich hätte einfach am liebsten. Schon. Äh. Ja. Den Turbo. Ne? Na gut. Ja. Nur nicht so schnell. Nein. Nur nicht so schnell. Hallo Pikachu. Wie geht's? Okay. Und hier probier ich's aus. Ist nicht die feine englische Art. Aber... Yes. My dear. Same in Brasilien. Every year. Würde ich auch. Warte zu weit weg, Burschi. So. Glaube. 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 Glaube, glaube. Ich glaube. So aufstehen. Naja. Doch, doch, doch. Bist. Komm zurück. Zelt. hanno einen rein. Das reicht. Wie jetzt ist er beduselt. und schöner. So, jetzt möchte ich hier Sichlor. Sichlor, Sichlor, Sichlor. Ja, das Zweite. Sichlor! Ich finde auch, die Deutschen sind auch viel besser. Ganz ehrlich. So, zwei Server-Pikachos, sich freuen. Läuft Kangama? Warum nicht nochmal? Ähm, was brauchen Sie, Sichlor? Ja, was soll ich denn noch bewerfen? Na gut, ich hab's ja schon. Den haben wir auch und den haben wir auch. So viel gab's nichts zu tun. Mal sehen, was da passiert. Nichts. Nichts Besonderes. Entschuldigung, weil ich keine Absicht. Ich krieg's einen Apfel dafür. Ja, ja, ja. So. Ich denke, ich tue euch einen gefallen und trau euch das Mauzi weg. Okay, die machen das eben. Einmal selbst. Ich hab ihn getroffen, aber nicht. Brauche ich eine Bombe? Das ist nichts. So. Viel... Doch, ich hab was. Ich hab was. Ich hab was. Gut. Ja. Gut. Gut. Reloxo. Ein Bild. Mauzi. Ein Bild. Zichlor. Zwei Bilder. Und noch ein Pikachu. Bis dahin. Mein Bestes. Ja. Das Album kann ich mir sparen. Gut. Läuft. Läuft sehr gut. Läuft sogar ausgesprungen gut. Bisschen besser, aber gut. Gezählt. Wow. Wow. Ja, also. Und mit der Flöte schaffe ich dann noch die über 6.000. Gut. Report-Punktal. 10. Was? 107.000 sogar. Gut. Und jetzt geht's in den Tunnel. Was brauche ich im Tunnel eigentlich? Moment, im Tunnel brauche ich gar nichts. Tunnel. Was war denn im Tunnel? Im Tunnel brauche ich gar keinen Räucherball. Nee. Brauche ich nicht. Hier eigentlich auch nicht. Doch. Für Fukano und Arcani. Genau. Bei Fukano ist nicht immer sicher, dass es klappt. Das hier könnt ihr ja jetzt auch. Äh, so meine ich. Hä, hallo? Ja. Das akustische Geräusch war zu vernehmen. Einfach viel... Also, Entschuldigung. Es ist doch viel die bessere Grafik. Sie sind eins und eins dieselbe, aber viel... Na? Wie bist du, was ich meine? So. Eigentlich habe ich ja noch ein besseres Bild von... Da, schnell. Von Texo. Ich habe schon ein ganz gutes... Ja, wie es aufwacht, aber... Mal sehen. Es... Es halt einfach... Ich bin immer in die Tasche. Ich versuch's, aber es wird eh nicht besser sein als das andere. Sorry. So. Ich treffe von hier aus schon das ein. Das sind ja nur zwei Kommandas. Ein Witz. Aber gut. Ja. Ich brauche nur noch ein Bild von... Sieht so geil aus, oder? Sieht extrem gut aus. Mein Nacken. Ich habe mich immer noch ein bisschen verspannt. Ja. Ah, Knomanda. Hallo. Wie geht's? Geht's gut? Schön. Ich will ja hier... Ein Ball da rein. Läuft. Läuft auch. Äh. Schade. War mein Lade. Aber... Es gibt ja noch Versuche. Dich lass ich mal. Läuft. Läuft. War das was? Nö. Freut sich nicht. Mach gar nichts. Der Todesberg. Ja. Legend of Zelda. Du erkältst das nicht. Entschuldigung. Reden wir nochmal. Ach, kann ich das? Mal sehen. Gut. Gut. Jupp. Okay. Du hast ein Bild gemacht. 1, 2. 1 für Texo. Und dann Fukanow. Sehr gut. Wir sehen was der Prof, was du meinst. Jaa. Ich tecke. Ich weiss. Buckeno. Hoi. Ist immer geil. Wunderbar. Sehr gut. 10.000? 110.000 vielleicht? Jaaaaa. Ich kann rechnen. Ich kann rechnen. Willkommen zurück. Ach, was du nicht sagst. jetzt noch den fluss da gibt es ja eine abkürzung ohne die geht es nicht weiter so da hin weg hallo sie gehen jetzt gemeinsam die lassen sich jetzt Zeit ja hart gezettet hab lieber drauf geachtet und hier kommen ja Muschas Muschas war ja nix ja ich warte auf Muschas danke ok das kennen wir noch Muschas ja da will der nicht ne warte jetzt hey hey kommt her kommt her Muschas Liebling hey ach komm er ist auf dir er ist so fies so gemein ach ne das kommt ja auch nochmal genau ok dann kümmern wir uns um Savcon wo ist denn schwierig hey ja 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 endlich ups entschuldigung darf ich rauf gehen ja ja hier rauf tsch entschuldigung quat quat auf ein Muschas Muschas du bist du ich komm ich komm hier noch ein paar Mal ok 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 eh ah wie wenn das nicht zählt ey du bist glücklich das haben wir ja schon aber da kommt keiner mehr oder ja ist mir auch mal eingefroren das Spiel viel danke mehr müssen wir nicht machen bam und da durch geht's ja da staunst du ich hab mir angewöhnt immer nach jedem Durchgang zu speichern tja runter so jetzt hab ich ihm nochmal Arcani geschlossen dafür kein Sichlor bekommen naja so Moshas haben wir zweimal dann Savcon gibt es vier und ich nehm das SD und natürlich das Porygon wie das reicht nicht ha gut gemacht logisch gut gemacht du kennst mich doch du warst was Was? Nah dran! Wie? Naaah! Ich glaube, der Professor ist blind. Einmal zu nah, einmal zu weit. Äh, warte. Ja, ich weiß, ich habe einen neuen Durchgang gemacht. Ich komme zurück, ja. Wenn du hast, ba 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 ba. Ach ja, ich wollte speichern. Unbedingt, unbedingt, unbedingt speichern. Unbedingt speichern. Speichern, ja. Wolltest du weitermachen? Ja.